Ich bin schon sehr lange als Beauty Coach tätig und für viele ist der Gebrauch von Cremes Standard. Jetzt gibt es plötzlich Gesichtsöle wie dieses hier und sicherlich fragst du dich jetzt, was ist denn der große Vorteil von einem Gesichtsöl für deine Haut, oder? Nun, ein Gesichtsöl ist in seiner Struktur extrem fein und damit der Haut eben auch unfassbar gut angepasst. Der Unterschied zu herkömmlichen Pflegecremes und Gesichtsöle ist, dass das Öl nicht auf Wasserbasis aufgebaut ist, sondern aus reinen Lipidverbindungen. Ja und Gesichtsöle sind insgesamt natürlich auch sehr viel reichhaltiger und können so besonders tief in deine Haut eindringen. Und dadurch, dass hier bei diesem Öl auch keine weiteren Zusatzstoffe verwendet wurden, ist es natürlich auch bei sehr empfindlicher Haut oder eben auch bei sehr trockener Haut super gut verträglich. Sehr wichtig ist aber auch, dass die Qualität des Gesichtsöles stimmt. Es sollte unbedingt kalt gepresst sein und das bedeutet nicht über 40 Grad erhitzt, da sonst die wertvollen Inhaltsstoffe des Öls vermindert oder gar zerstört werden können. Ja und wenn du jetzt noch Fragen hast zu unseren wertvollen Ölen, dann kannst du dich natürlich gerne an uns wenden.